Ich bin Luca, ich bin 29, Sozialpädagogin und zuhause in Fulda. Ich bin hier und da und vor allen Dingen aber dienstags abends im Deutsch-Training. Da unterstützen wir eben den neuen Zugezogenen ihre Deutschkenntnisse zu verbessern. Ja, aus persönlichem Interesse eigentlich, weil es mir einfach super viel Spaß macht. Ich mag Deutsch als Fremdsprache einfach sehr gerne und weil ich es von der Sache an sich auch sehr wichtig finde, dass ich eben Menschen schnell gut neu verständigen kann. Ja, das geht ganz einfach. Da freuen wir uns auch auf jeden Fall drüber, über jeden, der mitmachen möchte. Einfach dienstags abends um 19 Uhr im Studio vorbeikommen und mit den Leuten sprechen, Hausaufgaben machen, Texte schreiben, je nachdem, was gerade aktuell ist. Ja, gerne.